Und wir machen weiter mit Let's Play Overlord. Wir waren im letzten Video kurz davor, dieses Lokal zu betreten, das sich himmlische Freuden nennt. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was da drin abgeht. Seid ihr willkommen. Da draußen herrscht vielleicht die Hölle, aber wir servieren noch immer kalte Getränke. Unser Bier bringt euch himmlische Freuden. Und auch sonst werdet ihr hier sicher etwas finden, das euch gefällt. Hey Schlampe, komm her. Ich hab ganz ehrlich noch etwas anderes verrichtet. Vergessen wir das. Das ist jetzt... Hä? Hä? Okay. Rote vermute Personen gleich ärgerlich. Zurück. Da ist eine rote komische Person lang gelaufen. Vielleicht hat sie was mit der solche zu tun. Hört mich! Hört mich! Hört mich! Ja, und wir erreichen 200%. 208, 212. Wie schlecht. Ich brauche etwas Stärkes! Ihr bekommt sie. Ja, sie gehört uns. Sie lieben uns. Ihr regt mich auf. Tut mir leid, aber ihr nervt. Ich würde ja selbst nachsehen, aber meine Frau würde mich umbringen. Hey, du. Ich kann es mit dir aufnehmen. Ja, das kann ich. Tanzt du? Ihr habt eine Schneidenschlägerei verbracht. Geil. Das kommt davon, wenn man meint, man könnte sich mit mir anlegen. Geld bringt das Ganze auch noch. Jetzt schlagen die sich ja auch noch. Ich will diese Bar nicht. Ihr habt 100 Bauern getötet. Nicht schlecht. Okay, was sagt unsere Verderbtheits-Skala? Ups. 42%. Die Stacheln sind echt schon ziemlich lang, muss man sagen. Naja, gut. Folgen wir mal dieser vermumpenden komischen Person. Die Musik wechselt, das bedeutet nichts. Lauf doch nicht weg! Ah, dass wir immer hinterherlaufen müssen. Nein! Ich tue das nie wieder! Besser. Gott sei Dank. Ah, Inferno! Warum? Eine Armee! Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, die kriegen wir uns. Sehr cool. Rattenköpfe. Das ist eine Tür. Das ist doch eine Tür. Das sind zwei Türen. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Was wir für Bratten vielleicht brauchen. Mal, mal, mal. Ach, da könnt ihr auch. Was ist das für eine Statue? Oh. Ähm. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh. Sie haut ab! Hinterher! Willkommen beim Orden der Morgengröte. Genießt euren Aufenthalt. Ihr seid seltsam. Vielleicht sollte ich euch... ...angreifen. Vielleicht. Ja, ja. Guck mal, setz mal. Ja. Da drin ist was. Spielverderber. Spielverderber. Eine Schergensäule. Das heißt für uns 30 Scherden. Es werden immer mehr. Immer mehr. Ich glaube, die Typen sind irgendwie böse. Ich traue ihnen einfach nicht. Sie haben als Bodyguards Ratten. Welcher Mensch tut so etwas? Da muss irgendein tieferer Sinn hinterstecken, den ich noch nicht kapiere. Ich bin nicht. So. 30 Scherden. Ihr könnt mehr Scherden rufen. Ja. Was für eine Armee. Ich kann nicht sagen, es werden noch mehr. Viel mehr. Hier war da noch irgendwas. Eigentlich müssten wir sie ja sofort abschlachten. Immerhin sind wir böse. Richtig böse. Mit diesen kleinen Kobolden kommt ihr hier nicht rein. Die bekommen hier nichts. Wer möchte schon damit zu tun haben? Wir entscheiden im nächsten Video, was mit diesen Leuten geschieht.